Ich glaube, ich habe die Lösung, um mit dem Superportal die Drachenwelten zu erreichen. Diese Energiekristall sollte die nötige Kraft bringen. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Berechnungen. Ich glaube, ich hab's. Exzellent, endlich ist alles vorbereitet. Wir brauchen noch viel mehr Kugeln, aber dank des Energiekristalls sollte das Superportal jetzt funktionieren. So, ihr dachtet wohl, ihr wärt mich losgeworden. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe dem feckten Geldsack ein paar Bomben abgekauft. Schnell, der Energiekristall. Mag es nicht, Bücherwurm. Sonst bist du nur noch ein kluges Häuflein Asche. Genau richtig für mein neues Zepter. Jäger, tu doch was. Schnell. Hey, gib ihn zurück. Ich hab's versucht. Ihr Idioten. Erst bekommt ihr mein neues Zepter zu spüren. Dann benenne ich diesen Ort um in Reptonia. Spiro, Repto ist auf freiem Fuß und hat uns aus der Burg verbannt. Noch schlimmer. Er hat... Tja, Spiro, die Sache ist so. Ich kann die nur noch ein... Der Kopfstoß-Move ist echt... Ich baste nicht. Noch ein letztes Rennen. Eine. Eine. Nun, es ist ein kleiner Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Das ist ein kleiner Trost. Okay, Sparrow, jetzt hast du die Kugeln und gleich wirst du Ripto besiegen. Das ist ein kleiner Trost. Ich sehe, weißt du den Wert von Kugeln zu schätzen, Sparrow. Das ist ein kleiner Trost. 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 Das ist ein kleiner Trost.